herzlich willkommen zu einem neuen shop video morgen wird irgendein sehr interessantes event starten und das nennt sich fortnight fish and francy und das ist irgendein angelwettbewerb wo man eine spitzhacke glaube ich gewinnen kann und wenn man irgendwie die meisten fische fängt kann man auch eine trophäe glaube ich im real life gewinnen weiß ich aber nicht ganz genau könnt ihr euch nochmal auf der epic games seite nachlesen wenn euch dies hier auf jeden fall gefallen würde ich mich riesig über ein abo freuen ist kostenlos und wirklich supporten und dann haben wir heute im item shop mal wieder neue skins und zwar ein slurp skin der großer schluckus ist ein verdammt breiter skin so breit aber wie jeder konstrukteur in rette die welt sieht aber sehr interessant aus hier einfach mit diesem slurp was dann in die maske rein fließt in das backpack sieht eigentlich auch ganz cool aus wie so eine wasserkühlung in einem schönen durchsichtigen rohr dann haben wir die doppel zapfer spitzhacke die verdammt laut das sieht aber eigentlich ganz cool aus trotzdem immer zu laut unneut wirklich zu spielen dann haben die schweren haken die tatsächlich ziemlich cool aussehen hier mit diesem glanz effekt dann auch noch mal lila wobei die ich die so besser finde die angelmeisterin auch wahrscheinlich in zwei stil genau einmal im alten ego stil und dann standard hier ebenfalls im prinzip ein zweiter stil dann haben wir den magnus gehen war auch schon lange nicht im shop drin glaube ich zumindest ist auf jeden fall ein cooles backpack ansonsten ist das ging ganz in ordnung dann die anschlag spitzhacke dann haben wir zunächst den shopper der wieder da ist nach 200 tagen das heißt relativ lange auch dann kleine schritte als synchronemote dann als nächstes dann haben wir noch die pimpel hake dann schritt wechsel als mod finde ich tatsächlich ziemlich cool und als letztes noch heute neu die schlöf lackierungen leider aber nicht animiert wobei wir natürlich schon glaube ich eine epische animierte schlöf lackierung haben ähm ich weiß aber nicht ob die genau schlöf schlöf heißt aber irgendwie auf jeden fall auch so richtung schlöf ähm thema das war's dann mit dem heutigen shop video wenn ich dieses video gefallen habe würde ich mich über eine bewertung auf video freuen und dann bis zum nächsten video ciao